Ich war so unterwegs auf YouTube und es gibt so YouTuber, die machen weniger schlicks als ich. Aber Instagram-Story, Bro, hier Yacht, Bruder, da Boot, hier das Rolex am Handgelenk. Ich sag ja, nächste Woche, ich bin Türkei, Bruder, ich komm auch mit Rolex am Handgelenk wieder zurück. Social Media gescrollt oder dich in deinem Bekanntenkreis umgeschaut und dich gefragt, wie können die sich alle so teure Autos, so ein großes Haus, so einen extravaganten Urlaub und so einen teuren Lebensstil leisten? Ja, Haus, Bruder, gehört mir. Mama, bitte schau den Stream nicht, Digga. Bitte, bitte schau mich. Ja, ja, Mann, Haus, Bruder. Gibt es wirklich so viele Leute, die so viel mehr Geld haben als ich? Und hier lohnt es sich, einen genaueren Blick zu riskieren. Denn was du siehst, was andere haben, ist manchmal nicht die ganze Wahrheit. Und wir besprechen heute sieben mögliche Gründe, warum andere reicher zu sein scheinen als du. Falls du neu hier bist, mein Name ist Armin, ich bin Ingenieursdoktor. Guck mal, der ist Doktor-Ingenieur. Also ganz ehrlich, Digga, bei dem will ich eine Vorlesung halten haben. Epidemic Music? Ah, ne, Epic Music. Thank you! Und auf diesem Kanal dreht sich alles um persönliche Finanzen, Investieren und finanzielle Unabhängigkeit. Erstens, Selektive zur Schaustellung. Der erste Grund, warum viele oft mehr zu haben scheinen als man selbst ist, dass man oft nur die luxuriösen Seiten der Medaille sieht, während die Kehrseiten oft verschwiegen werden. Aber das ist ja klar, guck mal, wer postet in seiner Instagram-Story, dass er jetzt depressiv ist oder sowas? Ja, okay, außer so aufmerksam geile Leute, die dann so sagen so I had the shadows in my room. Wisst ihr, wie ich meine so, aber ich glaube, niemand sagt ja, ey, Mann, niemand postet in seiner Instagram-Story so, ey, yo, was geht, ich hab minus 10 Euro oder so. Jeder postet natürlich so, ey, man, ich hab E-Mail bekommen, bitte nix hier böse. Ey, man, I drive gerade Ferrari AMG oder sowas. Beispiel junge Angestellte, die im Porsche zur Arbeit kommen. Oder 20-Jährige, die auf Social Media reihenweise Fotos von sich vom Traumstrand auf den Malediven zeigen und dabei behaupten, sie hätten letzte Woche mit ihrem Online-Business wieder 15.000 Euro. Boah, Bruder, nicht mal ich mach das, ne? Verdient. Und auch diese Woche schon, ja. Wenn es diese Erfolgsdor... Diese Woche hat gerade erst angefangen. ... es tatsächlich gibt, das möchte ich gar nicht wegdiskutieren. Auch wenn diese Darstellung natürlich nicht immer zwangsweise stimmen muss und auch viel seltener ist, als es vielleicht scheint. So können wir doch mitunter recht schnell den Eindruck gewinnen, dass anscheinend jeder Zweite ein erfolgreicher Influencer ist oder sich die anderen rein... Wisst ihr, wo ich das richtig merke? Ähm, jetzt im Sommer. Ey, das ist ganz schlimm. Wenn ich zu Hause sitze, ja, in meine Kamera reinrede, ne, alles virtuell, gucke ich so auf Instagram so, alle meine Homies, da Urlaub, da Venedig, da Italien, Bruder, ich, ne? Wie Penner zu Hause, Digga, Unterhemd. Ey, man, that's hard life, man. That's hard life. Also, ein Luxusurlaub und einen Sportwagen nach dem anderen gönnen. Gerade Social Media ist da sehr gefährlich, denn hier hat natürlich jeder die Kontrolle, was er seiner Umwelt preisgibt und was nicht. Wir sehen also nur einen sehr kleinen Teil eines Lebens, der selbstverständlich sehr gerne zur Selbstdarstellung genutzt wird. Wodurch alle anderen den... Boah, das war Spaß mit hard life. ...Eindruck gewinnen, dass das die Realität sei. Was es aber nicht ist, denn Social Media ist eine starke Verzerrung der Realität in Richtung Posing. Schaut, was ich alles Tolles habe und mache. Oft wird sogar dafür bezahlt, dass diese Beiträge möglichst vielen Leuten gezeigt werden, denn nicht selten steckt da ein Geschäftsmodell dahinter. Das heißt, du sollst beeindruckt sein von diesem tollen Lebensstil und dadurch mehr... Das ist auch, warum die ganzen Coaches immer dir erst das zeigen, was sie haben und dann dir das Wissen verkaufen möchten. Weil, Bruder, weißt du, wenn der zeigt, ja, guck mal hier, Porsche Cayman S, Bruder, Ferrari, AMG und so, yeah, ich hab das und du kannst das auch schaffen. Jeder direkt so, oh mein Gott, der hat ja wirklich ein AMG. Mann, der ist so cool, der verdient so viel Geld. ...angeregt werden, Produkte zu kaufen. Zweitens, andere haben mehr Schulden. Laut den Ergebnissen der Statistik zur Überschuldung privater Personen in Deutschland liegen die durchschnittlichen Schulden laut Statistischem Bundesamt bei über 30.000 Euro. Jebald! Ein großer Teil davon waren übrigens Schulden bei Kreditinstituten mit knapp 12.500 Euro. Oder bei Inkassobüros mit dem Schnitt über 1.600 Euro. Aber warum holt man sich was, wenn man es sich nicht leisten kann? Ey, auf Ernst verstehe ich nicht. Ich muss kurz... Und interessanterweise auch mehr und mehr zunehmend bei Telekommunikationsunternehmen mit über 1.300 Euro, was teilweise auf teure Gerätefinanzierungen zurückgeführt werden kann. Heißt also, vielleicht haben andere ein überschnittlich teures Auto, ständig die neuesten Klamotten oder das neueste iPhone... Aber 30.000 Schulden, ne? ...und sehen so womöglich reicher aus als du. Aber die Realität ist, dass sie vielleicht einfach nur mehr ausgeben und sich diese ganzen Dinge in Wirklichkeit gar nicht leisten können. Und sich dann eventuell sogar überschulden. Das bedeutet, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, ihre ganzen Verbindlichkeiten zu decken, weder mit dem Einkommen noch mit dem Vermögen. Was selbstverständlich dann in noch größere finanzielle Schwierigkeiten münden kann. Einer Statistik zufolge wurde... Also, aber jetzt mal Real Talk, Digga. Ich frage mich auf Ernst, so wenn ich mir was nicht leisten kann, warum hole ich es dann? Also, wisst ihr, also keine Ahnung, ich würde mir niemals... Okay, vielleicht so, keine Ahnung, sage ich mal, wenn ich jetzt was vorhabe, ein Business vorhabe oder sowas und ich habe kein Geld und ich will unbedingt einen Laptop, ne? Dann würde ich mir einen Laptop vielleicht da auf Kredit holen und ich habe kein Geld und ich brauche unbedingt ein Auto. Sowas kann ich verstehen, ne? Oder ich brauche eine Waschmaschine und ich habe kein Geld, Digga. Aber wer zum Beispiel finanziert sich eine Apple Watch oder sowas? Oder wer finanziert sich ein iPhone 15 Pro? So, okay, wenn du kein Geld hast, Digga, dann kauf dir einfach ein anderes, so. Samsung. Ich meine, das habe ich früher auch gemacht, so. Ich wollte unbedingt ein iPhone haben, hatte aber kein Geld. Dann habe ich mir ein Samsung Galaxy S6 Edge gekauft und das war ziemlich schöp, das Handy. Aber, ähm, ja, also keine Ahnung. Vielleicht wurde ich da auch anders erzogen, so. Aber, ähm, ja, stimmt. Lambo, Digga. Ja, ich hole mir auch nächste Woche. So. ... 2023 eine Überschuldungsquote von 8,15% gemessen. Das heißt, etwa 5,65 Millionen Bundesbürger sind überschuldet oder weisen nachhaltige Zahlungsstörungen auf. Äh, Play, äh, ah, ja, 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 ich habe darüber schon ein Video gedreht. Komm, wir auf den Kanal. Schulden und Überschuldung sind möglicherweise weiter verbreitet, als du vielleicht glaubst. Drittens, sie sparen und investieren weniger. Im Jahr 2023 belief sich die Sparquote privater Haushalte in Deutschland auf 11,3%. Damit stehen wir Deutschen im Internationalen... Ja, Sparen, Quatsch. ...vergleicht hat sich... Alles auf Rot. ...gar nicht so schlecht da, denn viele andere Länder wie Österreich, Japan, Italien oder die USA sparen weniger. Aber auch bei uns in Deutschland ist nicht alles rosig, denn die 11,3% sind natürlich ein Durchschnittswert. Und es zeigt sich, dass viele Haushalte deutlich mehr sparen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, Durchschnittswert ist ja schwierig. Also, verstehe mich nicht falsch, aber Rentner sparen ja natürlich. Erstens, die investieren nicht, weil die keine Ahnung haben, in was sie investieren sollen. Und zweitens haben die ganz andere Zukunftssorgen, als jetzt jemand, der 20 ist und sich einen Ferrari kaufen möchte oder sowas. Teilweise 25% oder mehr. Ja, und ich investiere alles, der gab trotzdem Minus im Depot. Und wieder andere sparen kaum etwas. Wenn du jetzt jemand bist, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, regelmäßig Geld anzusparen, sagen wir 500 Euro, was, wenn du 2.500 Euro netto verdienen würdest, einer Sparquote von 20% entsprechen würde. Und dein Kollege, der das gleich verdient, nicht regelmäßig spart. Dann hat dieser natürlich kurzfristig 500 Euro pro Monat oder 6.000 Euro pro Jahr. Heute nur Minus 0,27%. Depot geht in Plus. Ich habe nichts gesagt. Boah, da macht kein Auge. Ja, 60.000 Euro in 10 Jahren mehr zur Verfügung, die er rausballern kann. Hat aber eventuell dann das Problem, dass er kein Notgroschen hat und auch kein Geld übrig, um es zu investieren. Das heißt, dieser Mensch hat dann vielleicht für 60.000 Euro mehr Urlaub gemacht oder sich ein um 60.000 Euro teureres Auto geleistet. Hat aber 10 Jahre später auch keine 80.000 bis 100.000 Euro Vermögen, die er hätte, wenn er das gleiche Geld klug in einen ETF-Sparplan investiert hätte. Und erst recht, keine knapp 400.000 Euro nach 25 Jahren und später sogar noch mehr. Krass, ich muss anfangen, Digga, in ETF-Sparpläne zu investieren. Jeden Monat 500 Euro. Anstatt jeden Monat, keine Ahnung, Digga, in irgendwelche Aktien zu investieren und zu denken, boah, nächste Woche geht hoch. Nein, sowas mache ich nicht, aber ich muss mir, glaube ich, wirklich mal so einen Sparplan einrichten. So einen richtig coolen Sparplan, wo du so wirklich so jeden Monat eine gewisse Summe reinzwiebelst. Für dich solltest du dir etwas gönnen. Urlaube, ein wenig Luxus und ganz allgemein Dinge, die dich glücklich machen. Das sollte man sich ganz klar hin und wieder ermöglichen. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die quasi gar nichts sparen und dies dann nur in Luxus umwandeln und diesen nach außen tragen. Und wir als Sparer denken uns dann, krass, wie kann der oder die sich das leisten? Ein weiterer Grund Nummer 4 kann sein, dass du dein Geld in nicht sichtbare Assets investiert hast. Und ich meine damit nicht Aktieninvestments oder sowas, wobei man dies auch zu dieser Kategorie zählen könnte. Aber vielleicht hast du zum Beispiel Geld in Bildung investiert, also Fortbildungen oder du hast länger studiert, weil du ein Auslandssemester gemacht hast oder noch einen weiteren Abschluss und bist so ein Jahr später auf den Arbeitsmarkt gekommen. Wirst dies aber voraussichtlich wieder einholen, weil du durch deine zusätzliche Erfahrung und Ausbildung langfristig mehr verdienen kannst. Ja gut, also ich studiere ja auch, aber okay, gut, der Semesterbeitrag ist nicht so teuer. Ich glaube, es kostet 180 Euro pro Semester, also ich glaube, das sind mal zwei, ja, 360 Euro im Jahr, die du zahlst an Studiegebühren. Das ist jetzt hier nicht die Welt, also dafür, dass du halt studierst. Ich meine, wenn du jetzt ein zweites Studium machen würdest, dann müsstest du, glaube ich, glaube ich, ich weiß nicht, 1000 Euro pro oder 2K zahlen, ich don't know. Dinge, die du normalerweise nicht sehen kannst, sie sind aber wahrscheinlich viel wertvoller als ein fancy Auto oder Urlaub. Oder wenn du zum Beispiel an deiner eigenen Selbstständigkeit, sei es hauptberuflich oder nebenberuflich arbeitest und dich hier weiterbildest und erst mal Geld in die Hand nimmst, um den Stein ins Rollen zu bringen, tust du natürlich mit deinem Geld auch etwas Sinnvolles. Im Gegensatz zu anderen, die das Geld einfach nur verkonsumieren. Kommen wir jetzt zum fünften Grund und dieser ist, dass andere tatsächlich mehr Geld haben, aber der Grund dafür zum Beispiel einfach nur Glück ist. Gambling, ne? Gambling, Bruder, ja klar. Und das ist nicht mal negativ gemeint, denn Glück spielt oft eine zentrale und mitunter größere Rolle für unser Leben, als sich viele eingestehen wollen. Ist die andere Person vielleicht zu einem sehr günstigen Zeitpunkt auf den Arbeitsmarkt gekommen, sodass das Einstiegsgehalt sehr hoch war und es sich langfristig besser entwickeln konnte? Oder hat die andere Person Geld zu einem sehr günstigen Zeitpunkt angelegt, als die Märkte extrem überdurchschnittlich liefen und es fast egal war, in was man investierte, weil quasi alles gestiegen ist? Das sind beides Beispiele für Dinge, die man nicht selbst in der... Also ETF-Sparplan brauche ich, sag ich ehrlich, damit muss ich mich auseinandersetzen. Also ich habe schon in Aktien investiert, sowas nicht, aber halt in so gestreutes Zeug, so was ich irgendwann mal so gelesen und gehört habe und mich da ein bisschen informiert habe, dann habe ich da rein investiert und dann habe ich auch ein bisschen wieder outgepayt, dann in die Aktien ein bisschen mehr Geld investiert, die... Und dann wisst ihr so halt so, aber ein ETF-Sparplan ist eigentlich echt ein gutes Ding. Einfach so jeden Monat 500 Euro oder jeden Monat so... Klar, je nachdem, was du halt verdienst, aber wenn du jeden Monat ein Tausender zum Beispiel reinbombst, dann hast du im Jahr zwölf Riesen und hast deine Rendite, wenn es knackig läuft, von fünf Prozent und dann nächstes und dann in zehn Jahren reich. Reich, Bruder. Dann in zehn Jahren... ...Hand hat und es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele, wo... Ja, das ist cool. Das muss ich mir aufschreiben. Das geht doch bestimmt auf Trans-Republic oder so. ...machen kann. Dem Faktor Glück hat Morgan Houssel auch ein Kapitel in seinem bekannten Buch über die Psychologie des Geldes gewidmet, in dem er aufzeigt, dass zum Beispiel Bill Gates auf eine der wenigen Schulen ging, die damals in den 70ern ihren Schülern Zugang zu einem Computer ermöglichten. Während 99 Prozent der anderen Schulen dies nicht taten und so konnte Gates bereits im Alter von acht... Ich bin tatsächlich in einem ETF drin, der ist um zehn Prozent gestiegen. ...ja, in erste Programme schreiben. Das heißt nicht, dass Bill Gates' Erfolg nur von diesem Umstand kam. Aber vielleicht hätte es Microsoft in der heutigen Form eventuell nie gegeben, wenn er erst zehn Jahre später mit Computern in Berührung... Ja, ja, MSCI World, ja, ja. ...kommen wäre. An diesem Beispiel sieht man, dass glückliche Umstände durchaus eine Rolle für Erfolg spielen können. Es kann aber auch genau das Gegenteil der Fall sein, nämlich, dass ein Unglück für uns zu mehr Wohlstand führt. Beispielsweise ein Artikel mit dem Titel, ohne Geldspritze der Eltern gibt's kein Haus, dass ohne Unterstützung der Familie beim Hauskauf gerade für vergleichsweise junge Kaufinteressierte oft sehr wenig geht. So hat beispielsweise die Bedeutung von Selbstersparten für das Eigenkapital einer Immobilie abgenommen, während die Bedeutung von Nicht-Selbstgesparten, wie etwa durch Erbschaften, zunahm. Und hier ist insbesondere die Familienförderung mehr und mehr ausschlaggebend, denn jeder vierte Immobilienkauf wurde finanziell von Eltern oder Großeltern unterstützt. Safe! Safe! Ich denke auch so, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie gleich ein ganzes Haus Ding kaufen. Und insbesondere die unter 40-Jährigen waren hier sehr stark von der Familie abhängig, denn bei 35 Prozent kam das Eigenkapital komplett von der Familie. Und siebtens kommt dann noch ein tatsächlich höheres Einkommen, aber geknüpft an erhöhtem Aufwand oder Verzicht, beispielsweise wenn der Mehrverdienst an gewisse Randbedingungen geknüpft ist, wie etwa extremen Stress oder extreme Arbeitszeiten. Gerade Gutverdiener in sehr stressigen Jobs haben ja oft das Thema, dass sie sich sehr viel unnötigen Krimskrams kaufen, den eigentlich niemand braucht, weil sie... Boah, ich hab damals echt, also das ist wirklich ein Ding, das muss ich auch ansprechen, ich hab damals echt viel Scheiße auszugeben, den ich einfach nicht mehr brauche. Also brutal, ne? Ich hab irgendwelche Designerklamotten, zum Glück hab ich nicht so viel Tanzverbote übertrieben. Aber da bin ich auch echt froh, Digga, dass da meine Eltern mir so, auch schon als ich 18, 19 war, gesagt haben, hör auf, dir so einen Scheiß zu kaufen. Ich bin zwar froh, dass man so, weißt du, so in so Uhren oder sowas investiert hat, die gekauft hat, weil die sind jetzt nicht so, weißt du, die verliehen ja nicht so unbedingt an Wert. Aber sei es ein Gucci-T-Shirt oder irgendwelche, äh, was weiß ich, irgendwelche Designerschlappen oder irgend so einen Scheiß, Digga, es ist alles so Quatsch, das brauchst du gar nicht mehr. Aber vor allem, das ist so voll peinlich, damit draußen rumzulaufen, weil eh jeder denkt, du hast, das ist fake. Deswegen steh ich auch hier da. Digga, das Ding ist von Ka und Dämm oder so. Oder C und A, ich weiß es nicht. Ich glaub, Ha und Dämm. Die Stresster sind und deswegen dazu neigen, sich mehr Spielzeug zu kaufen, was natürlich wieder eventuell reich oder wohlhabend auch... Das will ich auch. Ah, das habt ihr nicht gesehen, aber das ist ein Boot. Ich will auch ein Boot haben, Digga. Aber ob das jetzt wirklich glücklich macht, sei mal dahingestellt. Irgendwann will ich ein Boot. Aber nicht, weil ich sag, oh, ich hab ein Boot, Digga, weil ich dann so richtig so, ich will so raus aufs Meer. Also, ähm, ich wohne ja am Bodensee, ne? Und, äh, da kannst du dann, das ist auch brutal, Digga, da einen Stellplatz zu bekommen, da musst du keine Ahnung, das kostet mehr als das Boot selber. So an sich, Boot ist nicht unbedingt so teuer. Also, du kannst das, du kannst selber auf dem Boot sparen, sag ich mal so, wenn du genug arbeitest und wenn du einen festen Job hast, dann kannst du dir safe immer ein Boot kaufen. Äh, so ist es nicht. Aber Boot echt geil, Digga. Da hast du Boot und dann fährst du so, dann so abends bei Sonnenuntergang so, so raus, ne? Dann chillst du da so mit, mit Homies, mit Frau, keine Ahnung, ne? Trinkst ein bisschen Weinchen und so. Nicht zu viel, weil Bruder Führerschein, du weißt, ne? Boot und so. Aber voll geil. Weißt du, einfach dieser, dieser Vibe. Ich finde auch generell, sich so Gegenstände zu holen, also sei es ein Boot oder sowas, bockt sich halt null oder ein Auto bockt sich halt null, wenn du es nicht teilen kannst. Ich finde, wenn du Güter, also materielle Güter teilen kannst, dann, ähm, erfüllt dich das viel mehr. So, du kannst dann alleine in einem Ferrari oder in einem Porsche sitzen, aber du bist dann unglücklich. Aber wenn du dann, keine Ahnung, mit Frau oder mit deinen Homies in so einem Auto sitzt, Digga, ist viel, 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 viel cooler. Und genauso ist es auch bei Boot, weil was willst du alleine mit einem Boot? So, teil einfach dieses, teil einfach dieses Ding mit Leuten und das ist dann, ähm, ja, das macht dich einfach viel, viel glücklicher. Oder diejenige hat noch einen Nebenjob, der neben der Hauptwürdigkeit ausgeführt wird. Bro, ich hab noch kein Boot, Digga. Was natürlich auch die Freizeit weiter einschränkt. Laut Statistischem Bundesamt lag die Quote der Erwerbstätigen mit zwei Job, übrigens 2022 bei 4,6 Prozent, was circa 1,9 Millionen Menschen entspricht. Und circa 30 Prozent von diesen 1,9 Millionen waren nebenberuflich selbstständig. Eine Sache, die man sich auch überlegen kann, ob man das denn möchte und ist sicher nicht etwas für jedermann. Wir sehen also, es gibt viele Gründe, warum andere Menschen wohlhabender oder reicher erscheinen können als du. Aber nicht immer ist das auch tatsächlich der Fall. Manchmal hat diese Zurschaustellung von Wohlstand seinen ganz eigenen Preis. Ich auch. Oder vielleicht hat jemand tatsächlich einen größeren finanziellen Rahmen als du, was selbstverständlich durchaus vorkommen kann. Aber auch das muss nicht unbedingt immer nur positive Aspekte haben. Wenn du wissen willst, wie viel deutsche Angestellte im Durchschnitt und Medien so verdienen. Egal, wir legen zusammen, dann lade ich dich ein. Dann schau dir am besten die... Also das ist ein cooles Video, wirklich. Ich denke einfach, in der heutigen Gesellschaft wird halt viel, sehr viel, also wirklich wird da so auf die 80, 90 Prozent, wenn nicht sogar noch weiter gehen, wird sehr viel durch Social Media einfach verzerrt. So, weil theoretisch, ne, kann ich jetzt auch in ein Autohaus gehen und eine Probefahrt mit einem Porsche machen und, keine Ahnung, drei Bilder hochladen und jeder wird denken, ich habe mir einen Porsche gekauft. So, oder einen Ferrari oder irgendwie sowas. Du kannst halt auf Social Media einfach so dein Leben so biegen. Gut, ich poste eigentlich nicht viel, so, sage ich mal. Ich poste eigentlich überhaupt, also auf Instagram poste ich echt nicht viel. So, ich habe so mäßig engen Kreisaccount, so. Da postet man halt so einmal was in die Story. Aber das ist halt auch so, weißt du, du postest ja auch nur so coole Momente. So, wenn du gerade im Urlaub bist oder sowas, ne, oder wenn du, was weiß ich, irgendwas erreicht hast oder sowas, weißt du, das ist ja halt nur für die engen Leute. Du postest ja nicht, hey, 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 wie geht's scheiße, Digga, weißt du, das macht man ja nicht so. Deswegen denkt man halt immer, wow, bei dem ist so cool und so und der ist im Urlaub und so weiter und so fort. Jetzt zum Beispiel, ne, ich sitze zu Hause, ich sehe nur Storys, wie welche Leute im Urlaub sind. Und dann denke ich mir auch, alter, krass, Digga, Urlaub und so weiter und so fort. Aber dann realisiert man, dass die gefühlt über das ganze Jahr nichts gepostet haben. Cooles Video. Hat mir sehr gefallen, Digga. Wer war das, ey?